Zu meinem neuen YouTube-Video. Heute dachte ich mir mal, dass ich mit Fiona einfach mal einen Vlog drehe, weil Fiona und ich gehen heute in die Stadt. Und dann dachte ich mir, ich nehme euch einfach mal mit. Ich melde mich jetzt auf jeden Fall fertig, weil ich bin noch nicht fertig gemacht. Und ich melde mich auf jeden Fall, wenn ich fertig gemacht bin. Ah, und meine Zahnspange, Leute. Cool. So, Leute, ich bin fertig gemacht. Ich war so unter Zeitstress. Ich zeige euch auf jeden Fall gleich mein Outfit. Und Fiona ruft an. Auf jeden Fall zeige ich gleich mein Outfit. Und dann gehe ich jetzt zum Zug. Zum zweiten Mal alleine zu fahren, Leute. Ich schaffe das. Ich filme. Hi. Geil, Mann. Okay, Leute, Fiona ist jetzt da. Und ich habe mich nicht getraut, im Zug zu filmen. Geht nicht. Ich habe mich nicht getraut, im Zug zu filmen. So, Leute. Auf jeden Fall sind wir jetzt in der Stadt. Und die Sonne blendet mich. Aber jetzt hier kann ich noch easy filmen, weil hier ist noch nicht so peinlich, weil hier ist ja noch keiner. Aber wir wissen noch nicht, wo wir jetzt als erstes hingehen. Wir treffen uns auf jeden Fall mit Freunden, deswegen müssen wir noch warten. Peace. Take peace. Peace out, Leute. Wir sind jetzt in Minto. Cool. Wir gehen jetzt um zum Essen, um Jacke wegzupringen, weil ich habe keine Jacke zu tragen. Cool. Okay, Leute, wir sind jetzt in New Yorker. Aber wir haben nichts. Wir haben nichts gefunden, Leute. Ich will diesen rosa Body haben, aber ich gebe es nicht meiner Brüße. Leute, wir müssen uns einfach zum Bus bringen. Und wir haben nicht so viel geschoppt. Aber wir gehen jetzt zum Essen. Und danach fahren wir nach Hause, weil unser Bus hat sich verspätet. Ja. Und Rifa, wir standen da mit... Wir standen da... Benito! Benito, kaputt. Wir standen da mit Freunden. Auf einmal der Zug ist einfach weggefahren. Also weil da irgendwas war mit Toilette und so, deswegen müssen wir jetzt einen Zug später nehmen. Der Zug erst um 25 Uhr kommt. Und gehen wir jetzt mal schnell ins Minto und essen kurz was, weil ich habe richtig Hunger. Und Zoe auch. So, Leute, wir gehen jetzt schon mal zum Bahnhof. Ich versuche auch, weil unser Zug nämlich jetzt in 25 Minuten kommt. Und ähm... Hi. Hi. Und ja. Wir sind eigentlich am Bahnhof, Leute. Ich bin nach Hause und ich habe immer noch Schock auf. Ja, auf jeden Fall kommt der Zug jetzt in 5 Minuten, 10 Minuten. So hört ihr Schlucke auf des Lebens. Und... Ja, wir sagen euch Bescheid, wenn wir am Zug sind. Ich guckst du von der Werbung noch mal. Sieht man dich? Ja, man sieht mich. Du bist schon komplett ausgedrückt. Wir haben es auch mal geschafft, Leute. Ja. So, wir fahren... In den Kopf, ne? Wir fahren jetzt. Wie lange fahren wir? Ähm, 10 Minuten. Das waren jetzt 10 Minuten oder so, wie ehrlich ich sage, weil ich habe keine Nutzen, denn ich habe Hunger. Aber ich kann immer noch nicht richtig essen, wenn ich meine Zahnschwange. In welchem Feuer hat der Bisschen. Okay, Leute, wir waren bei DM. Das war das Einzige, was ich mir geholt habe. Ich wollte eigentlich noch so viel bei New Yorker holen. Aber... Wir haben den Piny Piny Body von mir immer noch nicht. Ich habe mir auf jeden Fall bei DM erstmal den neuen Flaschen geholt, den Mama mir ja nicht mitgebracht hat. Ne? Habe ich mir jetzt selber geholt. Und dann diesen neuen Joggy Primer. Cool. Den hat leider ohne aus. Ich habe mir nichts geholt. Ich habe aber überhaupt nichts gefunden. Aber, ähm, ja. Ich hatte gerade eine Mission, denn ich musste meine Schlaftasche noch bei mir zu Hause abholen. Aber da wir keinen Zug später nehmen mussten, musste mein Vater jetzt meine Schlaftasche bringen. Und, ähm, wir haben es geschafft. Also, Leute, wir müssen jetzt rennen. Und ich kann nicht mehr, weil ich habe so eine fette Tasche. Aber wir schaffen das safe. Leute, wir rennen. Wir rennen, rennen. Wir rennen. Und? Rennen, schnell, 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 schnell. Wir sind jetzt zu Hause. Peace out. Peace out. Leute, wir müssen jetzt nochmal kurz... Ah, ich bin voll hängen geblieben gerade mit meinem Ring. Also, wir müssen jetzt auf jeden Fall nochmal kurz zu Rewe, weil wir ein paar Sachen erledigen müssen. Und ja. Wir haben jetzt nur noch. Eine halbe Stunde, dann schließt Rewe. Deswegen, ich muss mich eigentlich gerade voll bei allem mitreden. Auf jeden Fall schminken wir uns vielleicht nochmal neu. Und, ähm, morgen vloggen wir auch mit. Weil wir haben gedacht, das wird der Vlog zu kurz. Deswegen vloggen wir morgen auch mit. Also morgen früh und morgen Abend. Oh mein Gott, was war denn? Morgen früh und morgen Abend, wenn richtig viel kommt. Ich muss über den Tag so ein bisschen gucken, weil ein bisschen peitig, weil wir gehen wieder mit Freunden raus. Aber, also heute Abend und morgen früh kommt ganz viel, Leute. Hier Leute, wir sind jetzt bei Rewe. Und ich sehe gerade so schlimm aus, weil heute war echt ein anstrengender Tag. Vielmehr sind wir jetzt da. Ich muss einmal was holen. Und dann holen wir noch ein paar Süßigkeiten heute Abend einfach. Aber wir können nicht so spät schlafen gehen, weil wir morgen früh auch stehen müssen. Ich hoffe, man sieht mich jetzt. Ich muss da richtig runtergehen. Also, ich mache kurz ein Outfit-Check. Ich habe wieder meine Pull&Beer-Hose an. Ein Oberteil von H&M und die Jacke von Selina. Also ich hatte eigentlich eben noch eine Jeansjacke an. Jetzt habe ich meine Winterjacke an. Dann habe ich mein Meetheim-Light-T-Shirt an. Das war bei ihm so reingestellt. Dann so eine blaue Hose und meine Ranschmure. Alter Leute, können wir mal über YouTube reden? Hier gibt es gerade diese Schokobons Crispy. Die kosten einfach sieben Euro. Wir waren gerade bei Rewe. Und wir haben uns einmal, also Zoe hat sich einmal so ein Eis gewohnt. Wartet mal. So ein Eis. Wegen Zahnspange. Ja, wegen Zahnspange. Man sieht mich gar nicht. So, dann habe ich mir einmal ein Snickers geholt. Und einmal diese Schnüre von Hitchies. Cool. Wir sind gerade am Essen. Es gibt für uns heute Pizza und Pizza-Brötchen. Milan ist auch am Start. Und wir melden uns dann gleich, wenn wir uns fertig machen. Wir schminken uns jetzt ab. Schminken uns nicht nochmal neu. Weil wir sind so kaputt. Wir wollen einfach ins Bett. Und ja. Also morgen werden wir euch auf jeden Fall mitnehmen über den Tag. Aber auch nicht zu viel, weil wir sind halt mit Freunden draußen. Aber wir versuchen möglichst viel mit aufzunehmen und mit zu vloggen. Leute. Aber ich muss die Musik ausmachen. Okay. So. Hi Leute. Hi. Wir machen uns jetzt fertig und fahren dann gleich Freunde abholen. Zum Bahnhof müssen wir. Wir fahren um. 12 Uhr 13 los. Ja. Und wir haben jetzt hier nur 58. Wir sind so ein bisschen beeindruckend. Jucca. 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 Also Leute. Wir schminken uns jetzt. So. Ihr macht gerade ihre Haare. Ich habe hier schon meine Schmink-Sachen stehen. Und wir melden uns wieder, wenn wir fertig sind. Leute. Wir sind jetzt fertig. Wir haben dich geschminkt. Angezogen auch schon. Und ich zeige euch kurz, was wir anhaben. Also. Also ich habe nochmal meine Hose an von gestern. Und eine Jacke von Selina. Die habe ich mir heute schon ausgeliehen. Und ein ganz normales weißes T-Shirt. Also ich habe meine neuen Schuhe an. Dann meine blauen Jeans einfach. Dann so ein weißes Nike-T-Shirt und meinen blauen Pulli. Und dann ziehe ich jetzt so meine Jeansjacke an. Ich muss voll runtergehen, wenn ich neben so stehen will. So verfeiert. Wir verpassen gleich den Bus. Deswegen. Wir haben noch zwei Minuten bis der Bus kommt. Wir müssen jetzt echt rennen. So Leute. Wir sind jetzt gleich fast da. Und ich kann nicht mehr. Ey. Ich habe meine Tage, Leute. Mein Bauch, der kackt gerade ab. Scheiße. Aber auf jeden Fall. Wir sehen wir gleich wieder. Wir haben jetzt den Zug gepackt. Wir haben rechtzeitig geschafft. Und nicht zu. Und jetzt fahren wir erst mal 20 Minuten. Und Leute, mein Bauch geht es wieder besser. Ja. Dort ist es jetzt alles ein bisschen scheiße gelaufen. Ich hoffe, ich durche es jetzt sagen. Auf jeden Fall kommt der Zug von unseren Freunden jetzt nicht. Wir müssen jetzt eine Stunde warten, bis sie kommen. Weil die kommen jetzt mit dem Bus. Ich bin so genervt. Ich auch. Und sie wird halt schon um 16 Uhr abgeholt. Ich war schon um 16 Uhr abgeholt. Heißt, das lohnt sich eigentlich gar nicht. Und wir haben 16 Uhr 46. Wir haben wie viel? 17 Uhr 46. Ey Leute, ich bin wirklich so genervt. Am liebsten würde ich gerade einfach nach Hause gehen wieder. Aber was tut man nicht alles für seine Freunde? Ne? Ja. Ja. Auf jeden Fall. Warten wir jetzt hier eine Stunde. Ich habe so keine Lust mehr. So auch gar nicht. Aber was soll man machen? So Leute, wir warten jetzt schon richtig lange. Wir müssen jetzt nur noch 20 Minuten oder so warten. Wir haben uns jetzt inzwischen einen anderen Witzplatz gesucht. Ja. Hier, zeig mal. Richtig toll. Die Fonds, die machen irgendwelche Covid. Ich kann das jetzt nicht zeigen, aber die sitzen aufeinander, Leute. Das ist gerade echt ein bisschen unterhaltsam. Ich kann nicht sagen. Auf jeden Fall warten wir jetzt. Und ich merke, mir ist so kalt. Ja, das ist alles kompliziert, Leute. Ich habe so null Lust mehr. Ich hoffe, du bist. Ich werde jetzt abgeholt, deswegen können wir leider nicht mehr mitfilmen. Aber wir werden jetzt das YouTube-Video. Peace out. Peace out, Leute. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020